In jeder Liga der Welt, ob das jetzt in Japan ist, in der J-League oder in der Bundesliga oder in den großen europäischen Ligen, du wirst immer Brasilianer finden, also ein Reservoir, das unglaublich ist. Nirgendwo fasziniert, begeistert und bewegt der Fußball die Massen mehr als in Brasilien. Beim Fußball kann jeder mitmachen. Fußball ist die größte Familie der Welt, daher kommt diese Leidenschaft. Keine andere Nation hat mehr Weltmeisterschaften gewonnen, kein anderes Land besitzt annähernd so viel Weltklasse-Spieler. Wir haben in Brasilien eine besondere Art, uns zu bewegen. Das drückt sich auch in unserem Spiel aus und wie wir die Verteidiger ausspielen. Das Geheimnis ihres Erfolges liegt in der Musik, denn der Brasilianer spielt nicht Fußball, er tanzt Fußball. Wir nennen diese Art, uns zu bewegen und Fußball zu spielen, Jenga. Es ist der brasilianische Rhythmus eines Dribblings. Es ist genauso wie Tanzen, es dreht sich alles um Bewegung. Nirgendwo sonst wird der Fußball eleganter zelebriert und die Spieler mehr verehrt als in Brasilien. Im brasilianischen Fußball geht es ganz einfach um Kreativität, Freiheit, Freude und Spektakel. Ich wünsche dir, ich bin für den Weltklasse, die Stuppe und Pädestin. Ich wünsche Ihnen die Samen, die Samen sicher ist und den Ort, die Stuppe und den Luiste, die Sch Allison zu bewegen. Du bist der Schade oder die Schade oder die Säufe? Untertitelung des ZDF, 2020